Das, was war, war. Weil es dachte, Gedankenströme zogen durch die Unendlichkeit eines Raumes, der dennoch in sich abgeschlossen war. Es war ein eigenes Universum, eine eigene Dimension, zwischen den anderen Welten befindlich wie in einer Art Nische. Das, was war, war. Das, was war, war. Das, was war, war. Das, was war, war. Das, was war, war.